Das ist sehr einfach für dich, Jeff. Aber das Spiel war nicht einfach. Das war das letzte Heimspiel und Max Dari hat das letzte Tor gemacht. Das ist gegen Stuttgart. Da haben wir schon wieder mit einem Tor gewonnen. Und das Ergebnis war, ich kriege ihn immer weniger als 25 Tore zu Hause. 25-24? Nein. Nein, wir haben viele Tore bekommen. 30-29. Fast 29-28. Ah, scheiße. Auf dem Bild siehst du zwei richtig geile Typen am Lachen. Und das war, glaube ich, das erste Auswärtsspiel, wo wir gewinnen. Letzte Minute, sieben Meter. Was heißt? Gegen Stuttgart in Stuttgart. Und wir haben gewonnen 28-29. Richtig? Nein. Das ist richtig. 31-30. 31-30, ja. Und Czaba hat noch Zuschauer mitgenommen. Ich werfe auf leeren Tor am Ende. Das ist gegen Melschungen. Und die Ergebnisse waren 24-23. Nein, 25-24. Stark, Mann. Einen Tag vor Weihnachten. Heimspiel? Nein, das ist Auswärtsspiel. Und auf dem Bild ist Rutschmann. Ach, nicht Rutschmann. Ja, das ist Rutschmann. Ja, dieses Spiel vergesse ich ganz schnell. Also das 23.12.2018 war ein schweres Spiel. Ja, Uti hat die letzte Tore gemacht im Spiel. Das war nicht so weit weg, oder? Fabian und Bert. War nicht weit weg, oder? Nein, ist nicht weit weg. Lemko? Ja, Lemko. Unentschieden? Ja. Wie? 22-22? Ja, stimmt. Männer genug. Training jetzt. Auf!